Der Brexit-Tag ist da. Mit Großbritannien verlässt heute um Mitternacht zum ersten Mal ein Mitgliedsstaat die Europäische Union. Irgendwie scheinen alle Beteiligten Interesse daran gefunden zu haben, die Sache nicht allzu hoch zu hängen. Der historische Augenblick ist gekommen. Der Symbolik wollte man in der EU jedoch nicht allzu viel Raum geben. Nicht wie angekündigt, schlag Mitternacht wurde der Union Jack eingeholt. Nein, schon Stunden zuvor tauschte man die britische gegen die EU-Flagge aus. Die Medien in Brüssel berichteten dennoch bis tief in die Nacht über den Austritt der Briten. Dies ist ein Blick hinter die Kameras. Bleibt es bei 34, wenn ihr zu uns kommt oder wann? Schon die ganze Woche über steht Christoph Nüse in Brüssel parat. 34. Schaltgespräche, Interviews, Beiträge. Für phoenix gehört die EU zum Programm. Das ist immer ganz gut, wenn der Chef vom Dienst in Bonn dann weiß, der Reporter steht da. Alles ist bereit. Faktieren dran zum nächsten Thema. Und in Brüssel begrüße ich jetzt meinen Kollegen Christoph Nüse. Merkt man denn in Brüssel, dass das heute ein historischer Tag für uns alle ist? Nun, ein besonderer Tag, ein historischer Tag, das ist es. Das merkt man auch. Man merkt zum Beispiel daran, dass ja heute die Abgeordneten wirklich ihr Büro Besen rein, sag ich mal, übergeben müssen. Und das tun sie. Berichterstattung bis tief in die Nacht, das kann ein Reporter alleine nicht leisten. Für die Spätschicht reist deshalb Michael Krohns aus Bonn an. Einstimmung auf die Zeremonie am Abend. Und da vorne, das ist eben die einzige Fahne, von der ich weiß, weil vor der Kommission, da hängt keine Fahne mehr. Ja, das ist die, die abkommt. Das ist die, genau. Deswegen steht ja hier auch schon so ein Pavilion, die wird schon überwacht, weil die ja Angst haben, dass es zu verpassen. Meinst du, die warten auf das Abhängen? Ja, ja, die haben Angst, das zu verpassen, weil das Parlament wollte das ja nicht wirklich offiziell machen. Ach so. Die wollten das ja eigentlich eher unter der Hand. Die waren ja schon kurz vor dem Austritt, schon seit langer Zeit. Und deswegen hat man die sowieso schon noch außen gehängt, weil die sind als erste draußen. Ja. Der erste Hinweis beginnt mit der Runde, die dankenswerterweise zwei Minuten früher für uns aufhört, damit wir auch ein kurzes Update geben können zum Impeachment. Das Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Trump kommt zeitgleich zum Brexit in seiner entscheidende Phase. Jenny Wagner muss wieder einmal viele Themen unter einen Hut bringen. Sie ist am heutigen Abend Ansprechpartnerin für alle Gewerke bei Phoenix in Bonn, Chefin vom Dienst. Ab 23 Uhr haben wir ja dann im Großthema Brexit mit Boris Johnson Rede. Die würden wir auf jeden Fall zeigen. Ich weiß aber jetzt noch nicht, in welchem Ausmaß. Und dann gucken wir, was die BBC überhaupt anbietet, weil wir dürfen da auch nicht alles übernehmen, so ohne weiteres. Mir ging es darum, ob sie die BBC irgendwann direkt übernehmen oder nicht nur, dass man sich darauf einstellen kann. Ist das wegen, warum müssen Sie das wissen? Ja, weil die ja immer sehr schnell reden. Das ist ja ähnlich wie bei dieser Wahlnacht immer in den USA, wenn man auf die Sender schaut. Ja, okay. Dass man sich da ein bisschen drauf einstellt, weil die ja nicht irgendwie reden und darauf warten, dass sie verdäumt werden. Alles klar, nur damit für meinen Hinterkopf. Nee, alles gut. Ja, also ich bin für die erste Sendung und Michael für die zweite Sendung. Ich habe in der ersten Sendung, das weißt du wahrscheinlich, ich habe ja extra ein Interview mit Bernd Lange heute aufgenommen, was für morgen ist. Das ist auch schon fertig geschnitten und der ist erst Samstag. Wenn ich dich noch kurz vor, kann ich weiß noch, wann du das Projekt hattest. Also das haben wir überspielt, kurz nachdem wir es gemacht haben. 9.30 Uhr. Und das Interview war 9.30 Uhr, also so rund um 9.45 Uhr, 10 Uhr haben wir es überspielt. Alles klar. Das nächste Schaltgespräch steht an, aber wann und wo es genau produziert wird, diese Frage steht noch aus. Wenn wir auf der Grand Place dieses Farbenspiel haben mit britischen Farben, Flagge etc., dann würde ich vorschlagen, dass wir da die Schalte machen. Wenn das Team in der Lage ist, dass wir jetzt innerhalb von einer guten halben Stunde da hinkommen, das kann man da noch mit einbeziehen. Das ist ja auch sehr schön, dass es auch immer wieder so Bewegungen gibt, zu sagen, das ist ein Fehler, jetzt hier rauszugehen aus der EU. Zum großen Platz im Herzen der Stadt braucht man eine Weile. Der Brüsseler Verkehr ist unberechenbar. Lieber auf Nummer sicher gehen will daher Aufnahmeleiter Thomas Wichmann. Jetzt braucht er aber eine Entscheidung. Michael, ich brauche jetzt die Rüstung, weil ich lasse gerade hier aufbauen. In einer Minute ist die Sendung vorbei. Ich kann nicht in die Sendung anrufen und sagen... Ich möchte nur wissen, ob wir das hier machen oder ob wir weggehen. Das liegt aber daran, ob die mir sagen, ob wir um 19 Uhr das machen können, weil natürlich können wir zur Hauptpass fahren. Ich finde, das ist vom Ambiente natürlich großartig. Aber ich muss diese Minute... So, jetzt ist die Sendung vorbei, jetzt kann ich anrufen. Und dann sage ich dir, das sind zwei Minuten. Wagner? Wir haben ja für 23 Uhr eine Schalte. Zwei Dinge müssten wir sehr schnell wissen. Könnt ihr die um 19 Uhr 5 machen? Oder kann Thomas die um 19 Uhr 5 machen? Also technisch wie inhaltlich. Weil wir dann vom Parlament jetzt zur Grand Place fahren würden. Da gibt es so ein kleines Lichterspektakel wegen des Brexit. Und das ist ein sehr schönes Ambiente, wo wir die Schalte sehr gut machen könnten. Eben. Und wenn ihr eben so schöne Bilder habt und ihr jetzt da seid, dann macht... Jetzt drängt die Zeit. Auf geht's zum Grand Place. Es ist laut, es ist bunt und es regnet. Es läuft das Brexit-Abschiedsprogramm der belgischen Hauptstadt. 47 Jahre Freundschaft zwischen Brüssel und Großbritannien will man hier nicht sang- und klanglos zu Ende gehen lassen. Michael Kronz in Brüssel auf einem der schönsten Plätze Europas. Großbritannien ist raus. Und jetzt? Wie geht's jetzt weiter? Man verlässt Europa oder besser gesagt die Europäische Union. Obwohl das ja gar nicht so ganz richtig ist. Man wird ja noch mindestens das Jahr jetzt im Binnenmarkt sein. Und man wird ja hart verhandeln müssen über das, was danach kommt, über ein Freihandelsabkommen, wo viele sagen, das ist in den elf Monaten, die bleiben, ja gar nicht zu schaffen. Michael Kronz, vielen Dank nach Brüssel. Währenddessen geht es in der Regie in Bonn langsam in die entscheidende Phase. Die Zeit ist knapp, auch für die Phoenix-Runde. Hat dich die Info erreicht, dass ihr zwei Minuten vor elf aufhört? Also das heißt, ihr habt nur 28-Minuten-Sendung? Ja, aber wir hören pünktlich auf. Aber bei einer 30-Minuten-Sendung zwei Minuten früher aufzuhören, ist ein bisschen sehr cool. Wir haben drei Gäste eingeflogen aus England. Wir hören pünktlich auf. Ja, also wir wollen halt gerne den Johnson-Live treffen. Das ist ja auch euer Thema der Sendung. Ich weiß nicht, zwei Minuten ist viel, aber eine Minute wäre auch ganz okay. Also es ist halt einfach gut, wenn wir den nicht treffen. Wir haben halt hier nicht die Möglichkeiten, eine Minute Zeit versetzt zu senden. Das geht halt leider nicht. Wir machen das so smooth wie möglich. Und wir sind auch von mir aus auch vor 23 Uhr, aber keine zwei Minuten. Das können wir echt nicht machen. Ich würde gerne mit Ihnen mal fünf Minuten reden, damit wir das ganz schnell klären, was wir machen können. Kommt rein. Ja. Irina von Wiese ist britische Abgeordnete der Liberalen. Geboren in Köln mit deutschem und britischem Pass. Wir wollen sie begleiten an ihrem letzten Arbeitstag im EU-Parlament. Sie fahren jetzt nachher nach London zurück. Ich fahre nach London zurück. Ich habe heute Abend noch deutsche, französisches Fernsehen, Klasse Termine in Parliament Square. Und tatsächlich noch bis Mittag nach François-Cartre. Also ich kann mit gutem Gewissen sagen, ich arbeite bis zur letzten Sekunde meines Mandates. Aber es ist natürlich traurig, die Plattform hier zu verlieren. Okay, dann würde ich Folgendes vorschlagen. Ich finde es hier im Büro nicht so toll wie da draußen auf dem Garten. Ich verstehe, der Stadtanzeiger macht ein anderes Interview als ich fürs Fernsehen. Ist schon klar. Insofern muss ich erstmal gucken, wo die Bilder sind. Weil so ein Schreibtisch könnte natürlich überall stehen. Von überall sein ist ein bisschen langweilig. Ich habe auch nur eine Kiste. Und die habe ich jetzt schon dreimal ein- und wieder ausgepackt. Warum? Naja, weil so viele Leute mich beim Einpacken sehen wollten. Die Reportage wird in Brüssel gedreht, muss in Bonn aber noch zusammengeschnitten werden. Schwierige Aufgabe per Telefon. Hallo David, Sabine hier. Ich habe den O-Ton, der von hinten gedreht ist, den habe ich jetzt doch kurz mit reingenommen. Mit dem Arbeitslosengeld. Weil ich muss das jetzt ja so machen, weil die Texte sind ja jetzt vorgegeben. Das muss ja inhaltlich passen. Dann kommt ein Text. Warte mal, ich muss das gerade nochmal wieder mich reinfrimmeln. Wie hast du ihn bekommen? Auch wenn Irina von Wiese die britische Argumentation von einer bald blumelnden Wirtschaft kennt, für sie liegen die Gründe für den Brexit eher in der Mentalität der Menschen auf der Insel. So, nach diesem Text ist was für ein O-Ton geplant, weil da steht hier in diesem Ablauf nichts. Die Hälfte in Brüssel, die andere Hälfte in Bonn. Was man sonst eigentlich zusammen an einem Tisch macht. Ha! Ein Fernstück. Nach vielem hin und her ist er dann endlich gefunden, der richtige Ton. Die letzte Frage, nicht die zweite Frage. Die zweite Frage aus dem Schnitt. Ja, super. Hör mal, das ist so du chinesisch, ich portugiesisch und wir machen Film. Am Ende sind es doch 30 Minuten für die Phönix-Runde geworden. Und ab! Phönix, der Tag. Guten Abend, willkommen zu Phönix, der Tag. Egal, es kommt eh fast immer anders als gedacht. Wir nehmen die Live-Bilder auf die Pipe 5. Das Impeachment gegen Trump ist Thema Nummer 1 in der Sendung, erst danach die Rede von Boris Johnson. Das heißt für die Dolmetscher, sie müssen ständig zwischen amerikanischem und britischem Englisch wechseln. Lange Live-Strecken, wo man nie genau weiß, was als nächstes passiert. Am Abend berichten hunderte Journalisten aus Brüssel in ihre Heimatländer, suchen nach dem besten Platz, um das Symbol des Abends gut ins Bild zu setzen. Ist natürlich von hier besser. Ja, ich kriege vor allem, ich kriege ja so ganz fancy Social-Media-Fragen gestellt. Also ich fange ja, ich reportiere am Anfang und dann stellt Ingo, dann sagt Ingo Zambroni, ja, wir haben jetzt hier fantastische Fragen von Usern und dann beantwortet. Ach, du Schöne. Ich versuche das, ich versuche das. Ich weiß nicht, ob es klappt. Sprachenwirrwarr um Mitternacht. Die meisten Reporter haben sich auf der Treppe platziert, obwohl, was die Fahne angeht, eigentlich schon alles vorbei ist. Ja, es geht einfach nur darum, dass ich am Anfang eben sagen möchte, dass da, wo jetzt die europäische Flagge hängt, neben der schwedischen, da war bis vorhin eben noch der Union Jack. Und dann kann ich näher kommen, wenn das hilft. Zehn und Achtung, ich gebe dir einen ab, wenn ihr den Schwenk anfangt, ja. Und ab. Und mein Kollege Michael Kronz steht auf diesem Platz. Und ich frage jetzt als erstes mal, welche Reaktionen in Brüssel haben Sie denn heute beobachten können? Wir haben eine Abgeordnete gefunden und das war ein schmerzvoller Abschied. Wir haben Sie dabei ein bisschen begleitet. Ab. Take care of yourselves. I'm so proud. Bitte. Recht schädig zurückgeben, weil wir das Impeachment-Ergebnis verkündigen. Sie wirkt nach außen tough und pragmatisch. Doch die Juristin überwältigen beim Verlassen des Parlaments am Ende doch die Gefühle. Michael Barnier wird verhandeln mit den Briten und das, was jetzt kommt in den nächsten elf Monaten, das wird das Verhältnis entscheiden. Und das dürfte sehr, sehr schwierig werden. Michael Kronz, vielen Dank für den Augenblick und wir werden später ja nochmal Gelegenheit haben zu sprechen. Die Eilmeldung, die jetzt kommt, die unterbricht unsere Brexit-Berichterstattung. Und wie ich am Anfang der Sendung gesagt habe, es sind ja zwei Themen, die heute eine große Rolle spielen. Also wir sind deswegen früher raus, weil das Impeachment ist abgesagt. Das ist jetzt gerade als Eilmeldung durchgekommen. Michael Kronz, ist Brüssel denn willens und auch beweglich genug, um jetzt auf Wünsche Londons einzugehen oder steht man auf dem Standpunkt, raus ist raus? Quadratur des Kreises kann man dazu sagen, denn im Grunde ist das, was schon seit Monaten diskutiert worden ist, nämlich die Frage, wie soll dieses Verhältnis aussehen? Sondern ihr seid jetzt ein Land, was freundschaftlich mit uns verbunden ist, aber ihr seid nicht mehr in der Europäischen Union. Michael Kronz in Brüssel, vielen Dank für die Einschätzungen. Was kann man am Schluss sagen? Was für eine Nacht. Was. Was. Was.